Willkommen zurück zu Lego Jurassic World nächstes Gebiet Brachiosaurus Ebene Da wollen wir weitermachen Gut, aber mit was fangen wir an? Ich brauche erstmal den da Okay, das soll mir das bringen, bitte Ach, nicht B Junge Äh, Quatsch, nicht A Sondern B Ah ja Ding also miteinander zusammen Gut Ähm Ach Gott Geht das schon wieder los Mit der Sucherei Stimmt ja, das gehört zu diesem Foto-Dings Ja, da kommen die Teile vom Foto-Dings raus Genau Okay Kamera Goldstein Und jetzt Ähm Brauche ich den Triceratops Da brauche ich ein dunkles Genie Der im Dunkeln was sehen kann Und das müsste es für dieses Gebiet auch schon gewesen sein Kann das? Ja, und das war's für dieses Gebiet Bis zum nächsten Mal Und tschau Ja, ich hoffe es ist Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschau